So, wir machen jetzt einen Hauch von Liebe, so eine kleine Nebenstory, wie gesagt, wir haben bei der einen Hauptmission die Schatzkarte gefunden, und zwar ist es diese hier, und zwar gehe ich davon aus, dass das ja der verbotene Wald ist, das ist der Eingang zum verbotenen Wald, das ist die Brücke, auf der wir stehen, und zwar ist es hier zu sehen auf der Pfarre, in dem Bereich hier, ja, hier muss das versteckt sein, könnt ihr mit der Schnellreise direkt hinreisen, zum verbotenen Wald, genau, und dann muss es hier rein und durch versteckt sein, weil wie gesagt, hier ist das Tor, der Wald, hinten ist dann Hogsmeade, Oh, hier sind die Kerzen, sehen wir So, drücken wir den Kerzen, den verbotenen Wald, noch morgen Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen So, das ist lustig, dass wir abends im dunklen in den Wald reinlaufen müssen Kannst du dir vorstellen, im Ministerium zu arbeiten, wir fangen hinter einem Schreibtisch Hier? Okay Extrem gefährlich, morgen Ist aber wohl besser, müssen wir noch mehr platzen? Der Schatz muss in der Nähe sein Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch Okay, was ist das? Ich habe ein Händchen für Schätze Ja, okay Naja, haben wir auch folgreich abgeschlossen, meine Freunde Und wenn euch das Video gefallen hat, können wir uns gerne einen Like verlassen Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin